Es gibt im Leben viele Gesetzmäßigkeiten, die dir helfen, das Leben zu verstehen und zu gewinnen, aber auch, die, wenn du sie nicht verstehst, sehr schnell und unbemerkt dein Leben ruinieren können. Der Seneca-Effekt ist einer davon. Wenn du den Seneca-Effekt verstanden hast, wird er dir helfen, dabei Meisterschaft in unterschiedlichen Lebensbereichen zu erzielen. Egal ob im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, Sport, Beziehungen oder Spiritualität. Wenn du ihn allerdings nicht verstehst, kann er unbemerkt und vor allem sehr schnell dafür sorgen, dass es in deinem Leben bergab geht. Du kannst ihn aber vor allem auch nutzen, um die riesigen Stolperfallen zu vermeiden, die die meisten Menschen davon abhalten, erfolgreich zu werden und dein Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben. Sehen wir uns den Seneca-Effekt mal in der Praxis an. Du kennst vielleicht die Unternehmen Kodak oder Nokia. Diese Unternehmen haben zwei Dinge gemeinsam. Nämlich einerseits, dass sie mal absolut dominant in ihrer Branche waren. Kodak war zum Beispiel Weltmarktführer im Bereich der analogen Fotografie. Das hat sich da auch der Begriff des Kodak-Moments etabliert. Also ein Moment, der so schön war, dass man ihn gerne als Bild festhalten möchte. Kodak war also synonym für Fotografie. Ähnlich wie das Post-It, Labello für Lippenpflegestift oder auch Tempo für Taschentuch. Genauso Nokia. Die waren komplett dominant im Bereich Mobilfunk. Also wie ich jung war, hatte eigentlich jeder ein Nokia-Händchen. Insbesondere das Nokia 3310, das ja bekannt dafür war, komplett unzerstörbar zu sein. Diese Unternehmen haben aber auch eine zweite Sache gemeinsam. Nämlich sie haben sich über Jahrzehnte diese Marktdominanz aufgebaut, wurden dann aber in wenigen Jahren verdrängt und gingen pleite. Der Seneca-Effekt zeigt, warum so etwas passiert und erklärt, warum diese Muster beispielsweise in deinem Leben, in deinem Business oder in deinen Beziehungen immer wieder auftreten. Und kann dir auch anzeigen, wie kurz du vielleicht möglicherweise vor einem Absturz in einem gewissen Lebensbereich stehst. Seneca gehörte zu den reichsten und mächtigsten Männern seiner Zeit. Er war Philosoph, Stoiker und damals auch Berater des römischen Kaisers. Und von ihm stammt das Zitat, das Wachstum ist langsam, der Untergang ist schnell. Es ist ähnlich, wie wenn du ein Kartenhaus baust. Es braucht sehr lange, um ein großes Kartenhaus aufzubauen. Vielleicht sogar einige Stunden von präziser Arbeit. Aber dann reicht eine einzige Karte, die du rausziehst und alles bricht zusammen. Und Seneca musste das selbst am eigenen Leibe erfahren. Er hat sein ganzes Leben damit verbracht, seinen Ruf und sein Vermächtnis aufzubauen und mit einem Schlag war alles weg. Er hat einfach ein paar falsche Kontakte gehabt und deshalb wurde er fälschlicherweise zur Verschwörung beschuldigt und zur Selbsttötung gezwungen. Der Aufstieg ist langsam, der Untergang ist schnell. Der Grund für diesen Effekt ist, dass unser Leben und die Welt aus Systemen bestehen. Wir haben ein Gesundheitssystem, ein Bildungssystem, ein Immunsystem, ein Herz-Kreislauf-System. Und große Systeme bestehen wiederum aus kleinen Untersystemen. Und all diese Systeme sind eng miteinander verbunden. Und wenn ein essentielles System zusammenbricht, bricht auch alles rundherum zusammen. Zum Beispiel ein winziges Blutgerinnchen verstopft die Gefäße im Herz. Dadurch kommt kein Blut mehr in die Lunge. Dadurch kommt kein Sauerstoff mehr ins Gehirn. Und das führt sehr, sehr schnell zum Tod. Das heißt, ein kleines Problem kann dafür sorgen, dass das ganze System zusammenbricht. Dieses Muster kannst du beobachten in deinem Privatleben, in deinem Beruf oder deinem Geschäft, in deiner Gesundheit oder deinen Beziehungen. Es gilt einfach für alle Lebensbereiche. Und die meisten fokussieren sich immer darauf, was sie noch dazunehmen oder lernen können. Aber viele machen eigentlich schon 95% richtig. Aber die restlichen 5% machen alles wieder kaputt. Und deshalb ist es so wichtig, in deinem Leben funktionierende Systeme und Gewohnheiten aufzubauen, die eben gute Ergebnisse schaffen. Weil wenn nur ein Lebensbereich leidet, kann das alle anderen Lebensbereiche runterziehen. Den Fehler, den die meisten ja machen, ist, dass sie ihre Zukunft auf dem aufbauen, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat. Dass sie denken, okay, ich muss einfach nur die Dinge weitermachen, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben und dann erziele ich auch in Zukunft gute Ergebnisse. Und dann entsteht Überheblichkeit, Selbstgefälligkeit und Bequemlichkeit. Aber damit startet dann häufig der Untergang. Denn in der Natur gibt es einfach einen Trend zur Unordnung. Das Ganze nennt sich Entropie. Das heißt, wenn du einen Zuckerwürfel in ein Glas Wasser gibst, dann ist das am Anfang sehr geordnet. Wir haben Wasser und einen Würfel Zucker. Aber je länger der drin bleibt, umso mehr wird sich der Zuckerwürfel verteilen und es wird sozusagen ein Chaos, eine Unordnung entstehen. Und das kannst du überall, in der Welt und im Universum beobachten. Wenn man Dingen keine Beachtung schenkt, wenn man Systeme oder Ordnung nicht aktiv aufrechterhält, dann entsteht Chaos. Und wenn Chaos entsteht, brechen Systeme und ihre Funktionsweise komplett zusammen. Der Seneca-Effekt ist einfach der Feind von wahrer Meisterschaft. Und der Grund, warum wir häufig an einer Sache vielleicht eine Zeit lang gut sind, aber dann nicht mehr mithalten können. Weil viele denken einfach, wenn sie mal eine gewisse Expertise oder eine Meisterschaft in einem gewissen Lebensbereich erreicht haben, dann haben sie jetzt alles gelernt und dann passt das auch so und dann muss man sich auch nicht mehr drum kümmern. Aber unsere schnelllebige Welt entwickelt sich einfach so rasant weiter und genauso eben auch das Umfeld. Und da kann es einfach sein, dass man an einem Tag noch eine Expertise hat und kurze Zeit später hat man einfach nur noch eine Fähigkeit, die keiner mehr braucht. Der Seneca-Effekt beschreibt einfach, wie lange es dauert, ein gewisses Level an Ergebnissen zu erreichen und wie schnell wieder alles weg sein kann, wenn man eben nicht dran bleibt. Wie eben genau bei den eingangs erwähnten Unternehmen, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben und viel aufgebaut haben und dann ein paar Trends verpasst haben und innerhalb kürzester Zeit pleite gegangen sind. Und das kann man in so vielen Lebensbereichen beobachten. Egal ob in Beziehungen. Man baut über Monate oder Jahre eine Beziehung auf, aber dann wird man irgendwie gefällig, gewöhnt sich daran, arbeitet nicht mehr daran und die Beziehungen oder Freundschaften gehen dann wieder kaputt. Oder genauso auch, man baut über Jahre ein Business auf, das eine Zeit lang vielleicht sehr, sehr gut läuft, aber auch dann wird man irgendwie selbstgefällig oder gemütlich und denkt sich, ja, die Kunden kommen eh von alleine, ich muss mich nicht mehr weiterentwickeln. Und andere ziehen an einem vorbei. Genauso aber auch im Bereich Gesundheit oder Fitness. Man ernährt sich vielleicht eine Zeit lang wirklich gesund, geht regelmäßig zum Sport, baut sich einen guten Körper auf, aber innerhalb kürzester Zeit, wenn man nicht dran bleibt, sind diese Effekte wieder weg. Das Problem an der Sache ist, wenn das System erstmal kollabiert, dann reicht es nicht einfach, die kleine Sache zu beheben und zu reparieren und dann kann man wieder normal weitermachen. Also ähnlich wie vorhin beim Beispiel vom Hirnschlag können die Folgen halt sehr fatal sein. Im Business kann insolvent gehen, du kannst das Vertrauen in Beziehungen verlieren. Das heißt, wenn das System mal zusammenbricht, wird man in der Regel stark zurückgeworfen und muss von neu anfangen, wenn man überhaupt von neu anfangen kann. Der Seneca-Effekt ist einfach eine universelle Gesetzmäßigkeit. Und wenn du nicht deinen Fokus darauf legst, dann wird der Absturz einfach schneller als der Aufstieg. Und das, was wichtig ist, ist zu beachten, dass es viel leichter ist, Systeme aufrecht zu erhalten und am Funktionieren zu erhalten, als sie eben aufzubauen. Aber das braucht eben diese Beständigkeit, diese Kontinuität, diese kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung. Das bedeutet, sich laufend herauszufordern, weiterzuentwickeln, neue Fähigkeiten zu erlernen, zu trainieren, neue Gewohnheiten aufzubauen oder aufrechtzuerhalten, Dinge zu analysieren, zu verbessern, weiterzulernen und zu wachsen. Es ist dabei auch extrem wichtig, sich mehr auf die Handlungs- und Systemebene zu fokussieren, als auf die Ergebnisebene. Weil die meisten machen den Fehler, dass sie sich sehr auf die Ergebnisse, also die Ziele fokussieren. Ein gewisses Einkommen oder ein gewisser körperlicher Zustand oder auch eine Beziehung oder ähnliches. Nur der Punkt ist, wenn wir gewisse Ziele dann erreichen und sehr auf die Ergebnisebene fokussiert sind, dann startet häufig die Bequemlichkeit und damit auch direkt der Untergang. Beispiel, wenn du eine saubere Wohnung haben willst und dich nur auf das Ergebnis, die ordentliche Wohnung fokussierst, dann hast du einmal eine ordentliche Wohnung, aber sie wird dann wieder unordentlich und endet wieder im Chaos. Wenn du dich aber mehr auf die Gewohnheiten und Systeme fokussierst, die eben dazu führen, dass die Wohnung ordentlich ist, also regelmäßig aufzuräumen, ein gewisses System für die Ordnung zu schaffen, dann wirst du es eben auch schaffen, dauerhaft diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Und das gilt eben für deinen körperlichen Zustand, das gilt für deine Beziehungen, das gilt für Business, Beruf, Finanzen und dergleichen. Der wichtigste Punkt ist dabei, deine Gewohnheiten aufzubauen und beizubehalten, Fähigkeiten zu trainieren und deine persönliche Weiterentwicklung, aber vor allem auch Selbstsabotagemuster oder innere Blockaden zu identifizieren und aufzulösen, die immer wieder Ergebnisse kaputt machen. Bau dir am besten auch ein Umfeld auf an Menschen, die sich in den gleichen Bereichen weiterentwickeln wie du, weil da kann man sich gegenseitig unterstützen und inspirieren und du kriegst immer mit, wie sich andere Leute auch weiterentwickeln und bleibst dadurch auch der Entwicklungskurve immer ein Stück voraus. Ich habe dafür ein zuverlässiges Erfolgssystem entwickelt für kontinuierliche, positive Weiterentwicklung in deinem Leben. Damit bekommst du eben ein Leben nach deinen Vorstellungen, ohne dir selbst im Weg zu stehen oder immer wieder in alte Muster zurückzufallen. Und damit startest du einfach eine Aufwärtsspirale, die dein Leben automatisch immer weiter verbessert. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich dir in einem kostenlosen Videotraining, das habe ich dir hier auf der Endcard oder in der Videobeschreibung verlinkt. Klick also jetzt einfach auf den Link hier oder in der Beschreibung und hol dir das kostenlose Videotraining.